ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate und bevor es losgeht gibt es natürlich wie immer den obligatorischen risikonweis der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir gehen noch rüber in die xstation wir schauen uns heute mal den goldpreis zuerst an und zwar gab es in dieser woche eine verteidigung des tiefs bei 1934 dollar und im wochenchart könnten wir möglicherweise auch ein bullish engulfing sehen in der vergangenheit waren das immer ganz gute hinweise darauf dass es eine umkehr gibt wie zum beispiel hier oder auch hier unten und wir haben hier einen ausgedehnten aufwärtsimpuls gehabt eine stärkere gegenbewegung und das könnte vielleicht der beginn eines neuen größeren aufwärtsimpulses sein konkrete trading ideen dazu gibt es dann auch in meinem video von heute morgen den link gibt es wie immer unten in der beschreibung heute das auf jeden fall an wie man das ganze dann auch in kombination mit dem nfp bericht handeln kann wir wollen aber noch ein paar andere märkte besprechen und zwar der nestek future der nähert sich jetzt dem jahreshoch an das am dienstag erreicht wurde das zeigt uns der tageschart ein bisschen besser 14.569 punkte und im wochenchart wären die nächsten kursziele bei diesem zwischentief bei 14.658 und dann hätten wir das hoch vom märz 2022 bei 15.268 unter dem vor wochen hoch das ja erst mal verteidigt wurde könnte allerdings mehr druck reinkommen und dann haben wir hier einen wichtigen hochpunkt oder das ausbruchsniveau bei 13.959 und dann haben wir sogar ein langfristiges ausbruchsniveau beziehungsweise eine horizontale trendlinie bei 13.740 hier gab es den bruch die verteidigung und wenn ja letztendlich die verkäufer kurzfristig übernehmen dann gibt es eine gute chance dass eben diese bereiche erneut getestet werden der dax future hat auf das ausbruchsniveau bei 15.698 punkten reagiert hier gab es eine top bildung dann der bruch und die verteidigung und dort hat der markt jetzt eben reagiert und hier haben wir auch noch eine wichtige schlüsselzone gehabt die wir auch schon mehrmals besprochen hatten und dort ist der markt eben relativ schnell wieder zurückgekehrt und das eröffnet die möglichkeit für ein neues rekordhoch die nfdaten werden aber eben darüber entscheiden ob die erholung weitergeht oder ob die eingezeichneten unterstützung dann vielleicht doch noch mal getestet werden euro dollar hat oberhalb von 106 gedreht und könnte jetzt die 1 2 3 4 wöchige verlustserie beenden die umkehr macht natürlich hoffnung auf den beginn eines neuen aufwärts impulses weil wir haben nach wie vor eine aufwärts gerichtete trendstruktur und das bedeutet dass der markt irgendwann wieder zu einem neuen anstieg ansetzt und vielleicht könnte diese woche ja letztendlich entscheidend sein oder die sozusagen die den boden bilden für einen stärkeren anstieg wir schauen noch auf wti die öl sorte wti gleicht einen teil der wochenverluste aus und langfristige händler hoffen natürlich auf einen boden und zwar hier gab es einen wichtigen hochpunkt abwärts impuls dann der richtungswechsel und eben auch einen sehr starken rücklauf aber die tiefs hier unten wurden nicht nachhaltig durchbrochen und deswegen haben wir rein theoretisch auch noch eine bullische struktur im bit beim bitcoin sehen wir dass die seitwärtsphase immer noch nicht aufgelöst aufgelöst werden konnte wir haben hier viele bergungspunkte bei 26.600 und auf der oberseite bei 27.600 und im tages chart sieht man dass die untere grenze gestern getestet wurde und auch erfolgreich verteidigt wurde und in dieser woche und heute steht eben ein weiterer test an und im großen bild bin ich noch ziemlich optimistisch weil wir eine bullische struktur haben aber ohne ein ausbuch über die 27.600 kommt eben auch nicht wirklich dynamik rein und das bedeutet die seitwärtsphase könnte fortgesetzt werden oder die untere grenze könnte eben nochmals getestet werden so das war's von mir ich bedanke mich natürlich für ihre aufmerksamkeit würde mich über einen daumen nach oben freuen und ansonsten viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal